Da erst mal nicht dazu zählt. Da oben ist er. Mh, fuck, ich hab falsch gezielt. Jetzt ist er dran, und nicht von vorne. Ich, 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 ich von ihm runter mit nem Goldblum. Sehr gut. Und ne Truhe. Ne Truhe ist da oben. Hammergeil. Da können wir ne Schlägerei anzetteln. Ja sicher. Ein bisschen Alk trinken. Ja, das geht aber auch. Ich muss mal mein Mauspad vom Laptop deaktivieren. Ich hoffe, dass das jemand stimmt. Wir müssen zum Saloon, um was zu saufen. Whisky, oh mein Gott. Okay, das machen wir später, wenn wir, wenn wir die Stadt befreit haben, okay? Ja, gehen wir erst mal ein Linken und... Ach so. Da unten war doch ein Schmied, das ein Amboss mit, mit Hochofen, ne? Ist der dafür da, um den zu nutzen, oder? Haben wir jetzt schon alle besiegt, oder? Ja, das sieht so aus, als wenn da schon irgendwie so ziemlich alle weg. Und hier muss man sich durchsprengen, oder was ist hier? Das ist ne versteckte Truhe im Stein. Ja, ne, ich hätte Flint noch. Doch. Ich würde da nicht, weil er sie wollte. Du kommst mir hoch dann, ne? Warum? Oder? Doch, doch, es ist ein gerader Schacht, wo er noch hoch kann. Also solange nichts mit dem Schacht passiert, muss gehen. Ich weiß nicht, ob man da noch hoch kann. Ja, aber da unten ist so... Ich probier's einfach mal. Da kann man anspringen. Da kann man anspringen, ja. Ja, ich denk schon. Ah, okay. Das Lava. Und hier sind Gänge, Petri. Und Schlüssellöcher. Schlüssellöcher, genau. Das heißt, man braucht Schlüssel. Und da ist ein schwarzer Planwagen, bestimmt einer der Banditen. So ein bestimmtes Versteck von den Banditen, oder? Könnte durchaus sein, ja. Ja, auf jeden Fall ist unten, so wie es aussieht, nochmal ein Ortschild, wo wir dann erst weiter können. Hm. Noch weiter. Willst du den... den... aufbauen? Ja, ich. Ich hab's nur probiert, ob's eigentlich geht, aber... Ja, wir brauchen halt das Material dafür, ne? Ja. Also ich seh eigentlich keinen Bandit mehr momentan. Du etwa? Nee. Also... Ich wahrscheinlich noch weniger als du, weil, äh... Gibt nur den Indianern noch. Ja. Also ich schätz mal, unsere Aufgabe besteht... besteht darin, erstmal die ganzen Banditen zu vertreiben, was wir jetzt eigentlich gemacht haben, ne? Aber jetzt müssten wir wahrscheinlich die ganzen Gebäude wieder aufbauen, die wir aufbauen können. Ja, mal gucken. Ich müsse den Indianern noch umbringen. Und der... na... Der... Wer macht hier? Haben die was gesagt? Ja, ich... Ich hab den falschen Aussatz angesprochen. Ich wollte eigentlich springen. Sind schon alle tot? Ja, wir haben alle besiegt. Irgendwo muss sich aber noch der Banditenboss verstecken. Ja, super. Den müssen wir unbedingt gefangen nehmen. Wie sollen wir das anstellen? Ich werde euch begleiten. Wenn er geschwächt ist, kann ich ihn verhaften. Aber zuerst muss mein Büro wieder stehen. Und wenn ich schon dabei... Was? Wenn ihr schon dabei seid... Was ist das denn für ein... Könnt ihr anfangen, auch die restlichen Gebäude aufzubauen? Ja, sicher. Alter, was die alles wollen, ne? Ich hab gesagt, wir müssen die hier wieder aufbauen, alles. Ja. Ja, gut. Überall wo so ne... Überall wo so ne Werkst... Aber ich schätz mal, wenn wir die aufbauen, dann können wir die bestimmt noch nutzen. Dann brauchen wir keine eigenen Gebäude bauen. Das stimmt. So, habt ihr's bald. Ah, ich... Was hat er gesagt? Ich hab's nicht gelesen. So, jetzt müssen wir den... Nein, ich hab meinen Sägen. Ah, ich bin... Mein Gott. Ich will doch nur springen, ich will dich nicht anreden. Geh weg. Meine Fresse, ey. Aber wo soll sich dieser Banditen... ...Boss verstecken? Bestimmt im Blahnwagen. In den schwarzen, oder? Die Zeiten sind schlecht. Meine... Mein Laden ist nur noch Asche. Ja, wir müssen die ganzen Gebäude aufbauen. Boah, Alter, wie viel Material wir dafür brauchen. Okay, ich hab Standbild. Ich hab auch Standbild. Das wär jetzt natürlich nicht so geil. Jetzt, ja. Soll ich mal ein bisschen speichern? Ich speichne jetzt mal. Ja, schon. Boah, ich hab voll Angst gehabt gerade, dass das schon wieder für'n Witz ist alles. Okay. Das nervt voll, die alle anzusprechen. Ja, das stimmt schon. Also, hier brauchen wir sechs Holz, zwei Metall. Was wär jetzt eigentlich das wichtigste Gebäude für uns? Ähm, die Bank, oder? Die Bank. Die Bank als erstes. Weil wir haben noch vier Gold... Boah, geh weg. Entschuldigung. Kein Seilgewerk. Sechs Holz, zwei Metall. Hier unten ist... Äh... Kohle und Erz. Vielleicht wär's ne ganz gute Idee, wenn wir mit dem ganzen Planwagen rüberkommen. Ja, doch, das stimmt. Moment, fahren wir mal her. Ey, warte, warte! Lass mich mit! Okay. Warte, ich... Ich hol meinen anderen auch noch mit. Warte, können wir auch die ganze Nahrung mitnehmen, die hier... in dem Haus ist und so weiter. Da unten ist noch ein Bombeeranschock, ne? Ja, warum? Okay, wo? Sollen wir den auch noch mitnehmen? Äh, unten rechts. Scheiße, ich kann nicht ins scheiß Haus. Ach, da unten. Ja, kann man sich immer... Ja, dann fahr mit deinem Pferd ein Stück weg. Oder warte, ich mach das mal. Ah. Jetzt haben wir nämlich beide die Gewalt über den Wagen. Echt? Kann ich jetzt auch steuern. Ich habe noch einiges. Wasser und so. Oh. Die Leitung ist gerade gerissen. Echt? Okay. Ja. Fühlt sich... Ah. Ist das Wasser zu hoch? Okay, ist dran. Nein, die sind gerade zu weit auseinander getrifftet. Ist das wieder dran? Ja. So, jetzt habe ich das letzte auch noch. Jetzt haben wir alles leer geräumt. Alles klar. Ach, aber da fehlen auch Dings... Äh... Ja, Landschaft. Scheiße. Machst du gerade? Alles klar. Okay. Will ich nur noch rein? Ja, ich warte. Ha. What dare? Sion. Komm, das schaffst du. Oh Gott, ey. War mal geil. Wir sind die kleinen Zicoiner, la 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 la. The fuck? Was schießt er? Was schießt er? Der... Da oben der Indianer. Ach, ach so. Den sehe ich jetzt gar nicht. Warum sehe ich den gerade nicht? Ah, ich glaube ich... Ich sehe nur... Oh Scheiße, der... Der Aufzug. Und ich habe Lecks. Alter, was ist los hier? Hol dich erstmal den Aufzug hoch. Ah, nicht weiterlaufen, bitte. Okay. Wenn da oben ist... Weiterfahren, ja. Warte, ich nehme meinen anderen auch noch mit. Können die Lecks eigentlich auch passieren? Obwohl ich nur so... Nee, nee. Du... Du bist Zuschauer auf dich. Okay. Stopp! Stopp! Na gut, den müssen wir jetzt aufbauen. Na gut, wir haben jetzt erstmal hier alles, was wir brauchen. Nee. Gar nicht. Wir haben kein Holz. Wir haben kein... Wir haben kein Metall hier drin. Deswegen sage ich ja. Aber Hochoffen haben wir hier drin. Und wir haben... Warte, wir haben auch Flint. Das heißt, wir haben... Wir haben... Wir brauchen Kohle... Und Eisenerz. Eisenerz. Hier. Ja, und Kohle und Erz sind hier unten, das stimmt. Okay, dann brauchen wir nur Holz. Ja. Und Holz kann ja von den Ästen in den Höhen weg sprengen. Stimmt. Richtig. Dann guck ich mal, dass ich... Mit dem Indianer mich um das Holz kümmere. Ja, ich spreng hier ein bisschen. Guckst du jetzt ernsthaft die ganze Zeit zu, Kevin? Nicht die ganze Zeit. Ich zeig mal mit der KI dafür, dass... Dass das ganze Zeug, was ich hier grad... Ähm... Ausgegraben hab, dass das in den... Ofen reingeschmissen wird. Also der ist jetzt auf KI... Ähm... Scheiße, kommst du gar nicht mehr da hoch, ne? Kommst jetzt nicht mehr da hoch. Oh. Ja, das... Ich hab einen Nebklumpen. Ja, das wäre... Möglich. Oh, scheiße, ich glaub' ich hab zu weit. Ja, ich weiß nicht, ob der Winkel hier gut war. Oder ich hier nehme ihn noch einen Flint und dann spreng ich hier durch. Ja, das ist ja auch ne Möglichkeit. Super. Jetzt hab' ich aber kein Flint mehr. Scheiße. Hier ist ja kein Aufzug. Ah, hier ist noch mehr Kohle. Und hier sind... Hier sind Flints. Ist sehr gut. Ah, da kommen wir auch direkt zum Dingsbuddeln, zum... Äh... Aufzug. Und ne kleine Abkürzung. Ja, genau. So viel Holz... Oh, ein Holz hab' ich schon, ne? Ja. Oh, der, der da an der Decke hängt, der wird witzig. Wer hängt an der Decke? Da hängt noch so'n Ast an der Decke. Ja, den wegspringen wollen, das wird noch ne witzige Sache. Ja, wir können erstmal die nehmen... Wir können erstmal die nehmen, die am Boden sind. Genau. Und dann war in der einen Truhe war ja noch... Äh... Holz... So, damit hab' ich schon mal... Zwei Holz. Ja. Also, was ist jetzt wirklich zuerst? Die Bank oder den Drugstore? Wir haben noch ein bisschen Geld. Oh mein, mein Trapper ist fast tot. Ich hab grad ne Womperie hier. Pass auf. Oh, das ist gut. Da fliegt gleich einer runter. Ja. Alles klar. Ich bin noch nicht mal komplett aufgefüllt worden. Ups, sorry. Das heißt, Metall können wir jetzt erstmal verbauen. Was brauchen wir denn bei dem hier? Was ist das hier? Werkstatt ist das. Okay, ich denk mal die ist erstmal unwichtig. Die ist eher noch nicht so wichtig, oder? Unwichtig, ne? Ja, erstmal Drugstore und Bank. Wobei ich denke, dass der Drugstore... Wichtiger ist? ...doch etwas wichtiger ist. Weil wir haben noch ein bisschen Grundkapital, wo mir... Ach so, okay. Ist das Zeug. Außerdem kostet der weniger. Was kostet der denn? Fünf Holz, zwei Metall, okay. Es ist nur noch drei Holz, zwei Metall. Metall haben wir unten. Okay. Dann kümmere ich mich mal um das Holz. Wo war denn die eine Truhe? Unten, ne? Äh, unten... Rechts. Bei den Dorfbewohnern? Ne, ne? Doch. Dahinter noch. Rechts dahinter oder links? Äh, rechts. Weil du durch bist. Cheg dann auch cool.